Dukimus war ein makedonischer General während der Diadochenkriege des 4. v. Chr. Dukimus nahm aller Wahrscheinlichkeit nach am Asienfeldzug Alexanders des Großen teil. Nach dessen Tod 323 v. Chr. war er ein Anhänger des Reichsregenten Pädikas. Von diesem wurde er 321 v. Chr. zum Satrapen von Babylon ernannt, wofür er allerdings erst den unzuverlässigen Amtsinhaber archimilitärisch bekämpfen musste. Nach dem Ende des Pädikas musste er Babylon aufgeben, für das die Sieger des 1. Diadochenkrieges auf der Konferenz von Triparadaisos den General Seleukos zum Satrapen ernannt hatten. Dukimus sprach dem griechen Eumenes die Führung der Pädikana-Fraktion ab und schloss sich stattdessen dem geächteten Alketas an, mit dem er aber 319 v. Chr. in Pisidin gegen Antigonus Monophtamus unterlag und in dessen Gefangenschaft geriet. Gemeinsam mit seinen Mitstreitern Philutas und Athalos gelang es ihm 316 v. Chr. nach einer Revolte die Kontrolle über die Felsenburg, in der sie eingekerkert waren, zu übernehmen. Während der mehrmonatigen Belagerung durch ein antigonidisches Heer unter der Führung der Stratuneiki wurden Dukimus und Philutas von ihr zum Übertritt in die Gefolgschaft des Antigonus bewegt. Athalos und die restlichen Widerständler kamen bei der Erstürmung der Felsenburg um. Für Antigonus kämpfend nahmen Dukimus und Philutas 313 v. Chr. während des Dritten Diadochenkrieges an der Eroberung von Miletail. Später hatte Dukimus einen längeren Zeitraum die Herrschaft über Sinada in der kleinasiatischen Landschaft frühgieren als Stadthalter des Antigonus, inne, einschließlich der Bewachung dessen Schatzes. Die in der Nähe Sinad das liegende Stadt Dukimin ist vermutlich von ihm gegründet worden. Am Vorabend der Schlacht von Ipsos ging er 302 v. Chr. samt der Stadt und dem Schatz auf die Seite des Lysimachus über. Von ihm erhielte er zusammen die Sicherung Pergamons und dem dort gelagerten Schatz von 9000 Talenten Silber anvertraut. In Dukimus Diensten stand der Eunuch Philutairos der offenbar nach seinem vor 282 v. Chr. er folgten Tod das Kommando über Pergamon alleine weitergeführt und als Begründer der Athaliden-Dynastie in die Geschichte einging.